Moin, beste Grüße nach Stuttgart aus dem echten Norden aus Schleswig-Holstein. Ihnen und euch allen erstmal ein frohes, ein gesundes neues Jahr 2022. Auf ins Neue. Es wird ein spannendes Jahr 2022. Denn auch bei uns in Schleswig-Holstein stehen am 8. Mai Landtagswahlen an. Und wir haben uns hier im Norden einiges vorgenommen. Wir wollen das beste Wahlergebnis in der Geschichte des Landesverbandes machen. 2009 hatten wir 14,9 Prozent. 15 ist also die Vorgabe. Das ist eine Herausforderung, aber es ist auch machbar. Denn wir sind hier seit viereinhalb Jahren als Freie Demokraten Mitglied einer Jamaika Koalition. Einer Landesregierung, die bei 75 Prozent der Menschen durchaus positives Ansehen hat. Die etwas bewirkt hat im Lande und das spürbar. Und die durch ihren Pragmatismus einigermaßen für Furore gesorgt hat. Wir suchen nach Lösungen und nicht nach Schuldigen. Das ist so ein bisschen das Motto, mit dem wir hier die letzten viereinhalb Jahre gearbeitet haben. Vor allem aber sind wir gut durch die Pandemie durchgekommen und das haben wir einem liberalen Gesundheits- und Sozialminister zu verdanken. Schleswig-Holstein ist besser als viele andere Bundesländer, was die Inzidenzen und die Situation in der Pandemie angeht, durchgekommen. Vor allem aber hat uns kaum jemand zugetraut, dass wir im Infrastrukturausbau so stark vorankommen würden. Nicht nur was Landesstraßen angeht, was Schienen und Radwege angeht, sondern vor allem was den Digitalausbau angeht. Fast 60 Prozent unserer Haushalte in Schleswig-Holstein sind ans Glasfaser anschließbar. Und dass wir im Gründungsmonitor in Deutschland von Platz zehn auf nach viereinhalb Jahren Platz drei nach vorne kommen und dort jetzt hinter Berlin und Hamburg das gründungsaktivste Flächenland der Republik sind, das ist ein Erfolg, den uns kaum einer zugetraut hat. Trotzdem wissen wir, fürs Gewesene gibt es nichts. Jetzt geht es darum zu zeigen, was das Land jetzt braucht. Mehr Innovationsdynamik. Wir brauchen weiter Druck auf dem Infrastrukturausbau. Wir brauchen eine Exzellenzinitiative in der Bildung, nicht nur in der Allgemeinbildung, sondern vor allem in der beruflichen Bildung. Und wir brauchen die Modernisierung und Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Viel zu tun. Auf ins Neue. Wir hier im Norden können übrigens mit Wind gut umgehen. Wir nehmen auch gerne Rückenwind aus Berlin. Also auch für Sie und euch gilt, auf ins Neue. Auf in die Ampel in Berlin. Zeigen wir allen, dass in den Regierungen, in den Ländern wie im Bund die Freien Demokraten den Menschen gut tun. Auf ins Neue. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. å